Hi Leute, Gerald hier. Du planst, für dein Vorhaben Investoren zu finden? Dann beantworte dir folgende Frage, bevor du mit ihnen sprichst. Ist dein Produkt eher ein Schmerzmittel oder eher ein Nahrungsergänzungsmittel? Warum eine Antwort es wahrscheinlicher macht, Investoren zu finden, als die andere, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Woher weiß ich, dass eine Antwort attraktiver ist als die andere? Sowohl für unsere eigenen Projekte, als auch für Unternehmen, denen wir mit unserer Expertise zur Seite standen, haben wir bereits erfolgreich Business Angels, Finanzierungen und Investoren gefunden. Und in Gesprächen ist mir immer wieder aufgefallen, dass je nach Art des Investments die Grundmotivation zwar verschieden sein kann, aber im Endeffekt möchte die Person, die ihre Ressourcen dir zur Verfügung stellt, wissen, ob es sich um ein gutes Investment handelt oder nicht. Für primär finanzgetriebene Investoren bedeutet gut, ob sie das investierte Geld hochverzinst irgendwann zurück erhalten. Um dies herauszufinden, ist eine beliebte Frage, ob es sich bei deinem Produkt eher um ein Schmerzmittel oder um Vitamine bzw. Nahrungsergänzungsmittel handelt. Denn aus Investorensicht macht es oft mehr Sinn, in ein Schmerzmittel zu investieren, als in ein Nahrungsergänzungsmittel. Warum ist das so? Ein Schmerzmittel ist oft ein Must-Have und verspricht sofortige Wirkung oder eine zeitnahe Linderung. Dies macht den Verkauf besonders einfach. Ein Nahrungsergänzungsmittel hingegen ist ein Nice-to-Have und verspricht langfristige Verbesserungen oder Erhalt der aktuellen Situation. Das Problem, wenn man es weglässt, dann merkt man dies nicht unbedingt und dies kann auf teure Akquisekosten hindeuten und ist anspruchsvoller in der Positionierung. In beiden Kategorien kann man erfolgreich werden und manche Projekte sind als Vitamine gestartet und mittlerweile für viele ein Must-Have geworden. Denke hier mal zum Beispiel an Instagram oder soziale Medien im Allgemeinen. Diese Apps hast du vermutlich nicht ausprobiert, weil du damit ein akutes Problem in deinem Alltag lösen wolltest. Sie werden erst durch die erneute Benutzung Stück für Stück zum Schmerzmittel für ein Grundbedürfnis von uns. Sei es, um unseren Wunsch nach Anerkennung oder Beliebtheit anzusprechen oder unsere Angst, etwas zu verpassen, zu lindern. Falls du es noch nicht kennst, ich habe in diesem Video hier mal detaillierter darüber gesprochen, wie diese Apps dabei vorgehen, um dich zu manipulieren. Doch selbst wenn deine Idee bereits wie ein Schmerzmittel ist, musst du bereit sein, die Frage zu beantworten, wie notwendig dein Produkt in der Zukunft noch ist, nachdem das erste Mal bei dir gekauft wurde. Brauchen Kunden deine Lösung nur einmal in ihrem Leben und kommen danach nie wieder? Das wäre aus unternehmerischer Sicht ebenfalls nicht so 100% ideal, als wenn der Kunde immer und immer wieder zurückkommen muss. Er also in gewisser Weise süchtig nach deinem Dienst oder deinem Produkt wird. Um hier weitere Beispiele zu nennen, die dies erfolgreich geschafft haben, stell dir vor, du müsstest von heute auf morgen auf Dienste wie Google Maps verzichten. Oder dein Smartphone abgeben. Oder es würde jetzt kein Online-Shopping mehr geben. Auch sind manche Produkte für die einen Menschen zwar Schmerzmittel, für die anderen aber nur Vitamine. Desto genauer du die unterschiedlichen Zielgruppen deines Produktes kennst und desto glaubhafter du machen kannst, warum bestimmte Personen genau dieses Produkt von dir immer und immer und immer wieder brauchen, desto wahrscheinlicher ist es, dass dir auch Investoren Geld für dein Vorhaben geben. Wenn du zusätzlich noch zeigen kannst, dass du die dir zur Verfügung gestellten Ressourcen auch optimal einsetzen wirst, weil du bereits die Ratschläge aus diesem Video hier befolgst und vielleicht schon eine Warteliste aufgebaut hast oder einen Prototyp getestet hast, dann erhöht dies noch einmal deine Erfolgschancen massiv. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.